Du, in deiner Sackhaare in deinem Gesicht, dich fordere ich auch zu einer Debatte heraus. Ich werde dich vor allem den größten Witz machen lassen. Ich werde dich aussehen wie den größten Witz. Vor allem werde ich dich richtig demolieren. Komm zu einer Live-Debatte, fordere mich nicht heraus, dass ich nach Berlin komme. Komm, hier im YouTube machen wir das Ganze. Da braucht keiner nach Berlin reisen oder was. Eine Frage von dir, eine Frage von mir. Dann will ich sehen, ob du Sheikh Karhat bist. Du Angsthase, einmal habe ich dich herausgefordert auf dem Kanal von Elia Nathan. Alle haben dich gerufen, wo warst du denn da? Wo warst du? Du wusstest, wenn du antrittst, gibt es richtig Gasaller. Hier, nochmal, nochmal. Du frecher Bengel, mit deinen Sackhaaren in deinem Gesicht. Ich werde mit dir eine Debatte führen, ist gar kein Problem. Wir werden das über Internet ausstrahlen lassen. Guck hier, ich sage das sogar. Weil langsam regst du mich richtig auf. Und es ist langsam mal Zeit, dich auf den Boden der Tatsachen zu holen.